Ich kenne natürlich auch Fahrradfahrer, die haben noch kein Rennen gewonnen. Die sind einfach dabei. Sie sind zwar genügend gut, um da mitzufahren, sie sind aber zu wenig gut, um da als Siegfahrer dabei zu sein. Sie sind aber genauso wichtig, weil sie als Helfer unterwegs sind. Dass man denen auch die entsprechende Wertschätzung gibt. Ich glaube, im Sport wird das logischerweise gemacht, weil ein Topfahrer kann nicht gewinnen, wenn er nicht ein starkes Team hat. Und das ist im Unternehmen nicht anders. Was steht bei Aufsichts- und Verwaltungsräten sowie Vorständen auf der Agenda? In dieser Staffel des The Agenda Podcast konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Bereiche der verantwortungsvollen Unternehmensführung. Welche Rolle spielen Themen wie Nachhaltigkeit, Fachkräftesicherung oder künstliche Intelligenz? Darüber sprechen wir mit Persönlichkeiten aus Unternehmen und Organisationen. Präsentiert wird der Podcast von Chirpeni, der führenden Schweizer Meeting-Management-Lösung. Mein Name ist Ingo Notthoff und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Auf unserer heutigen Agenda steht das Networking beim Radrennsport und welche Bedeutung sportliche Aktivität für das Topmanagement hat. Zudem geht es darum, was Führungskräfte von Radrennprofis lernen können. Darüber spreche ich mit Joko Vogel. Er ist begeisterter Radrennsportler sowie erfolgreicher Investor und Unternehmensgründer. Willkommen, Joko, zum The Agenda Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist, Joko. Du, der Radrennsport, der zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden durch dein Leben. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, also ich habe schon als Kind mit drei, vier begonnen, Rad zu fahren. Zuerst mit einem Dreirad, wie die meisten vermutlich. Und später war das eigentlich für mich einfach das Fortbewegungsmittel. Als ich Fussball oder auch Eishockey gespielt habe, da bin ich mit dem Fahrrad zum Sport gefahren. Meine Eltern haben mir kein Mofo erlaubt, als ich etwas älter war. Und so ist das Fahrrad halt geblieben. Welche Rolle spielt das Radfahren für dich persönlich in deinem Leben? Ja, heute hat es eine etwas andere Rolle als früher. Heute ist das für mich Passion. Für mich hat das mit Abschalten zu tun, Nachdenken zu tun, mit Freunden schöne Erlebnisse zu haben, neue Länder, neue Strassen, Strecken zu erkunden. Ich habe eigentlich, wenn ich reise, das Fahrrad immer dabei, wo auch immer das ist. Ob das in Hongkong ist, in Australien, New York. Ich habe das Fahrrad immer dabei. Wie machst du das? Ich habe einen Bikebag und packe da das Rennrad rein und habe so auch schon sehr viele Leute kennengelernt. Ja, als Schweizer ist man dann unterwegs und ich frage dann die Leute, wo gibt es da eine coole Strecke und fahre dann meistens mit den Leuten mit. Und so lernt man wieder neue Leute kennen. Das hört sich sehr cool an. Lass uns über die Bedeutung des Sports für das Topmanagement sprechen, Joko. Inwieweit ist der Leistungssport mit der Führung eines Unternehmens auf oberster Management-Ebene vergleichbar? Ja, also ich möchte vorausschrecken, ich war nie Leistungssportler in dem Sinn. Also klar, ich fahre ein Rennen mit, immer noch. Ich habe das mit 30 begonnen, zuerst mit Triathlon und dann reine Fahrradrennen, sei es Rennrad, Mountainbike oder Gravel. Und ich glaube, der Sport generell, vor allem Mannschaftssport, und da zähle ich eben auch den Radsport dazu, das haben zwar viele Leute nicht das Gefühl, dass das ein Teamsport ist, aber der Radsport hat sehr viel mit Teambuilding, Teamwork zu tun. Und ja, das spielt natürlich auch in die Unternehmen rein. Ich glaube, heute ein Geschäftsführer, der muss sein Team leiten und setzt Ziele und die will man erreichen und wenn man diese erreicht hat, dann darf man auch feiern und das ist im Sport eigentlich auch ziemlich ähnlich. Man trainiert auf ein Ziel hin, gemeinsam und wenn man es erreicht, dann darf man auch mal feiern. Du sagst, Radsport ist Teambuilding bzw. Teamsport. Jetzt sieht man aber die Leute, die vor allem alleine fahren. Erklär uns das mal genauer. Ja, also gut, wenn du alleine bist, dann kannst du mal das Teambuilding vergessen. Aber wenn du in einer Gruppe fährst, ja, vielleicht auch über eine Woche, du fährst von Zürich nach Venedig beispielsweise, ja, dann ist es eigentlich schon sinnvoll, wenn der Vorderste, der die Gruppe anführt, der gibt ja einen gewissen Windschatten. Dadurch kann man Kraft von 30 Prozent einsparen, wenn man hinter dem fährt. Es soll aber nicht sein, dass der immer die ganze Zeit führt, sondern dass man sich da abwechselt. Und das ist ganz wichtig, dass das Team da auch funktioniert. Wie auch, wenn es mal hoch geht, dass der Stärkste dann nicht Vollgas gibt und ja, die Gruppe, die explodiert und jeder fährt für sich alleine. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um halt auch die Kraft, die Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. Und das ist im Unternehmen nicht anders. Das stimmt. Wie wichtig ist aus deiner Sicht körperliche Fitness für den Erfolg von Führungskräften oder auch von Teams? Ja, ich glaube, also das ist wie die Basis. Also wenn man nicht fit ist, dann kann man einfach die Leistung nicht bringen. Ob man das im Sport bringen muss oder eben auch im Unternehmen. Also wenn man immer müde ist im Unternehmen, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das sind einfach Faktoren wie gesund leben, Ernährung, Schlaf, eben sich sportlich betätigen, sind da wichtige Faktoren, die da reinspielen, ob das im Unternehmen oder im Sport ist. Welche Effekte stellen sich da so ein durch ein regelmäßiges Training? Ich denke da so an Stress, den man eigentlich immer hat im Unternehmen. Ja, ich glaube, man ist einfach leistungsfähiger. Also wenn man trainiert und halt den Körper an höhere Leistungsgrenzen bringt, dann ist man einfach auch leistungsfähiger. Also wenn man das Gefühl hat, man kann einen Marathon rennen und mit einer Stunde Training, vorher hat man es getan, wird man das Ziel nie erreichen. Also ich glaube, das ist entscheidend. Man muss etwas dafür machen. Wie sieht es mit der Resilienz aus? Ist da auch sportliches Training hilfreich? Ja, ich denke schon. Also ich beispielsweise, ich trainiere das ganze Jahr durch, also auch im Winter. Und da stärkt man den Körper in allen Facetten. Also Abhärtung auch im Winter, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei welchen Temperaturen fährst du nicht mehr? Ja, alles, was unter minus fünf Grad ist, wird dann hart. Aber es gibt heute genügend gute Kleider, damit man auch da trainieren kann. Und klar, es sind dann nicht drei Stunden, die ich fahre, es ist dann vielleicht nur eine Stunde. Und anschließend dann gleich in die Sauna springen, das ist eigentlich ein perfektes Training. Bei mir hört es, glaube ich, so bei zehn Grad auf, aber das ist ein anderes Thema. Sollten aus deiner Sicht Unternehmen mehr sportliche Aktivitäten für ihre Mitarbeitenden anbieten? Beziehungsweise hast du da Formate im Kopf? Ja, also ich glaube, der Sport ist ein Teil, was Unternehmen für ihre Mitarbeiter machen sollten. Es gibt da verschiedene Themen. Also eben, wenn es Großbetriebe sind, dann haben die meistens oder oft eine Kantine. Da finde ich einfach das Food-Angebot sehr wichtig, dass das eben ausgewogen, gesund ist, proteinhaltig, frisch. Ja, genügend Schlaf, also schauen, dass die Leute halt nicht gestresst sind, weil die Leistungsfähigkeit unter Stress irgendwann ist Ende. Also kann bis zu einem Burnout kommen. Und Sport ist einfach wie die Basis für alles. Also wenn du Sport betreibst, weisst du, ja, okay, du musst vielleicht auf dein Gewicht achten. Demzufolge musst du schauen, was du isst. Du musst dich erholen, das ist ganz wichtig. Erholen kannst du dich, ja, zum Beispiel über Schlaf, aber auch Massage, Sauna etc. Aber dann gibt es vielleicht noch ganz andere Aspekte, die jetzt weniger mit dem Sport zu tun haben. Beispielsweise, ja, wie befasst sich ein Mitarbeiter mit seinen Finanzen? Was macht er mit den Finanzen? Wie kann man einen Mitarbeiter auch unterstützen, dass er sein Geld gut und richtig anlegt? Beispielsweise. Und nicht einfach auf dem Bankkonto lässt, sondern es halt auch arbeiten lässt und, und, und. Also ich glaube, das ist heute für einen geschäftsführer Unternehmer, der Mitarbeiter hat, wichtig, dass er sich da mit seinen Mitarbeitern auseinandersetzt und denen auch die Möglichkeit gibt. Und im Sport, ja, klar, da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann gemeinsam sich sportlich betätigen, man kann gemeinsam an Events teilnehmen, man kann Geld sammeln im Zusammenhang mit dem Sport und dass einer Wohltätigkeit, Institutionen zur Verfügung stehen. Und das zahlt auch wieder ins Teambuilding rein. Ich kenne so klassisch diesen Teamlauf, den man einmal im Jahr macht oder vielleicht noch ein bisschen Yoga nach 18 Uhr. Kennst du noch andere Formate bzw. Unternehmen, die das integrierter bei sich auch anbieten? Ja, also ich bin bei einem Start-up involviert, die sammeln Daten im Eishockey-Bereich. Und am Dienstagnachmittag, da geht die ganze Mannschaft Eishockey spielen. Da wird einfach eine Stunde Vollgas-Eishockey gespielt. Das ist Pflicht, wenn es irgendwie geht. Man identifiziert sich auch mit dem Unternehmen anders, mit dem Thema anders. Und ich glaube, was ist eine Stunde in einer Woche? Ich glaube, es bringt mehr zusammen, eine Stunde Eishockey zu spielen, als irgendwie Kaffee zu trinken. Das glaube ich auch. Gibt es denn noch so kleine Veränderungen, die Unternehmen machen können? Zum Beispiel Meetings in Stehen. Vielleicht kennst du auch andere Formate noch. Ja gut, also ich mache regelmässig Meetings auf dem Fahrrad. Das sind dann vielleicht One-to-One-Meetings. Außer du bist außer Atem, dann klappt es nicht, oder? Ja, wobei, weißt du, das kann man anpassen, das Tempo. Oder auch die Strecke kann man auswählen, dass sie eher flach ist. Also das sind Dinge, die ich jetzt beispielsweise mache. Ja, ich habe auch ein Stehpult, mache auch Meetings im Stehen. Ich finde, es gibt heute keine Grenzen, wo ein Meeting stattfinden soll und kann. Und ja, wir verbringen so viel Zeit im Geschäft. Das muss auch positiv sein. Also auch da mal out of the box denken und mal was anderes machen. Also ich habe mein Office gleich am Zürichsee. Da hat es ein Kursschiff. Ich hatte auch schon Meetings auf einem Kursschiff. Dann waren wir drei Stunden auf diesem Kursschiff, hatten einen Tisch und haben uns kreativ unterhalten. Und ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Bedeutet, du hättest kein Problem, wenn jemand von deinen Mitarbeitenden morgens auf dem Ergometer sitzen würde und dann mit dir telefonieren würde und du noch so ein paar Nebengeräusche mitbekommen würdest? Ja gut, das ist dann etwas schwierig. Aber ich habe so einen Trainer bei mir am Pult und wenn ich alleine bin, dann fahre ich effektiv auf diesem Fahrrad, also diesem Trainer und arbeite. Das geht. Okay. Du verbindest Sport ja mit Networking und sagst auch, Radsport ist das neue Golf. Warst du früher oft auf dem Golfplatz? Hast du dort Businessgespräche geführt oder Meetings abgehalten? Ich war noch nie auf dem Golfplatz. Wie kommst du dann dazu zu sagen, Radsport ist der neue Golf? Das interessiert mich. Ja, weil mein ganzes Netzwerk sich natürlich über das Fahrradfahren entwickelt hat. Also als ich irgendwie vor knapp 20 Jahren einen Event lanciert habe, der Tortur heisst und den es immer noch gibt, ist ein Fahrradrennen zwischen 50 und 1000 Kilometer. Da gibt es verschiedene Formate, das kann man alleine fahren oder zu zweit, zu viert oder zu sechst. Das hat sich so zu einem Meeting Point von Unternehmern und Geschäftsführern entwickelt. Und ja, so habe ich halt viele Leute kennengelernt in führenden Positionen. Und ja, aus der gemeinsamen Passion sind dann auch zum Teil Businessideen entstanden oder Geschäfte haben sich entwickelt in anderen Bereichen, wo ich noch tätig bin. Und von da ist das für mich nicht erst heute das Thema, das Cycling, die New Golf ist, sondern eigentlich schon vor 15, 16, 17 Jahren. Wann hast du denn festgestellt, dass Topmanager und Topmanagerinnen überhaupt Interesse am Radrennsport haben? Ja, indem ich einfach diese Leute kennengelernt habe, eben über die Tortur beispielsweise, die da plötzlich aufgetaucht sind. Sei es der CEO von der Swisscom oder von IWC oder von der Allianz Versicherung. Und da habe ich gemerkt, okay, die fahren Fahrrad und die habe ich dann auch privat getroffen. Ja, haben wir uns unterhalten auf dem Fahrrad und haben vielleicht einen Sponsoring-Deal gemacht oder sonst irgendein Geschäft angerissen. Also ja. Du organisierst ja solche Radrennsport-Events für Führungskräfte. Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Kunden, die sagen, hey, ich möchte einfach meine Kunden zu einem Fahrrad-Event einladen. Ich brauche da zwei, drei Guides. Ich brauche eine vernünftige Strecke. Ich brauche ein Intro mit ein paar Tipps etc. Und dann geht es natürlich weiter über, ja, ich möchte auch noch einen Prominentenfahrer dabei haben. Ich möchte etwas machen über zwei Tage, über drei Tage. Ich möchte etwas nicht auf der Strasse machen, sondern im Gravel-Bereich. Und da muss es aber zwingend irgendeinen Pass dabei haben, weil das sind Leute, die kommen alle irgendwie aus halb Europa und die wollen einfach einen Pass fahren etc. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und Formate. Und das machen wir in der Schweiz. Wir machen es aber auch im Ausland. Das ist nicht nur in der Schweiz, dass wir es machen. Kannst du mir mal so einen Eindruck geben von so einem Tag oder von so zwei Tagen, wie die ablaufen? Weil ich denke, beim Radrennen fahren Kontakte knüpfen. Man ist ja auf dem Bike. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Ja, also wenn du in einer grösseren Gruppe bist, also ich sage jetzt mal ab zehn fahren, und dann ist es beispielsweise jetzt erlaubt in der Schweiz, dass du nebeneinander fährst zu zweit. Also das ist man schon, dass du rein vom Verkehr her im grünen Bereich bist. Und ja, dann quatscht man einfach. Also es ist wie wenn man irgendwie in einer Bar ist oder sonst irgendwann an einem Stehtisch. Da beginnt man zu quatschen und es ist nicht ein Rennen. Es ist eine Ausfahrt. Es ist ein moderates Tempo von vielleicht zwischen 25 und 30 Stundenkilometern. Vielleicht fährt man auch mal 35 Stundenkilometern. Aber es sollen alle mitkommen. Es soll alle den Plausch haben. Wenn wir einen prominenten Fahrer haben, dann wächeln sich auch vielleicht alle fünf bis zehn Minuten die Position, dass jeder mal mit diesem prominenten Fahrer auch quatschen kann. Und was natürlich immer dazugehört, ist ein Coffee Break, dass wir irgendwo einen feinen Kaffee haben, einen feinen Kuchen. Das Bier kommt eher am Schluss dann, wenn wir wieder zurück sind. Aber unterwegs hält man ein cooles Kaffee irgendwo, quatscht weiter. Und ja, jeder hat irgendwo Erlebnisse schon gehabt beim Fahrradfahren, dass es ihn verblasen hat, irgendwie am Berg. Oder hat er einen Platten und kam nicht mehr weiter und und und. Da gibt es so viele Geschichten und ja, das macht den Radsport auch aus. Also man kann darüber schmunzeln, weil jeder hat das schon erlebt. Was halt das Coole auch ist, man kann diesen Sport überall betreiben. Also man muss nicht eben auf den Golfplatz, muss da irgendwie etwas reservieren, sondern man trifft sich irgendwo, fährt zusammen und geht nachher wieder nach Hause. Oder eben, wenn es bei der Arbeit ist, über den Mittag zum Beispiel, ja, geht man nach der Ausfahrt wieder zur Arbeit, duscht kurz und ist fit für den Nachmittag. Und gerade wenn was schiefgegangen ist, haben ja alle eine Geschichte zu erzählen. Das ist doch auch mal was Schönes. Genau, so ist es. Warum ist deiner Meinung nach der persönliche Kontakt nach wie vor wichtig? Weil wir machen ja immer mehr digital über Teams, über Zoom. Warum ist der wichtig? Ja, also ich glaube einfach, dass gewisse Dinge musst du persönlich besprechen. Und du musst den Menschen, ja ich sage jetzt mal, auch riechen können. Und das kannst du halt über das Digitale nicht. Du meinst, wenn er geschwitzt hat nach dem Sport? Ja, zum Beispiel. Nein, ja, es geht einfach darum, ja, du siehst den ganzen Körper, die ganze Mimik und es lässt auch mehr Zeit. Ich meine, wenn du einen Teams-Call hast beispielsweise, dann weisst du, ja, okay, der geht eine Stunde und nachher ist man dann meistens wieder weg, weil man schon wieder den nächsten Termin hat. Und, also ich sage immer, wichtige Dinge, die du zu besprechen hast, mach das face-to-face persönlich, nicht über einen Call. Und das passiert dann auch bei diesen Radrennen, die du organisierst? Bei diesen Radausfahrten, ja. Ja, okay. Okay, Ausfahrten. Ja, durchaus, absolut. Du hast gerade gesagt, du hast auch mal Profis dabei bei diesen Events. Wen hattest du schon dabei, den wir kennen? Ja, Jan Ulrich, Miguel Indurain, Vincenzo Nibali, dann aus der Schweiz Martin Elmiger, Silvan Dilje, also wir haben zu allen einen Kontakt. Zu den aktiven Profis ist es natürlich viel schwieriger, dass die zu so einem Anlass kommen. Da muss man immer schauen, haben die nicht gerade ein Rennen oder sonst was. Aber bei den ehemaligen Profis, die da selbst noch gerne Fahrrad fahren, die kommen gerne. Und klar, die entscheidigen wir entsprechend, je nachdem. Aber die machen das gerne und die haben halt auch unheimlich viele coole Geschichten zu erzählen. Es ist natürlich auch cool, mal mit so einem Fahrrad zu fahren. Die sind meistens immer noch sehr fit. Also man muss da nicht das Gefühl haben, ja, den lässt man dann stehen. Also ein Miguel Indurain, der mittlerweile 60 Jahre alt ist, der fährt noch immer auf einem unglaublich hohen Niveau. Also der war die Tortur gefahren vor drei, vier Jahren zusammen mit einem anderen ehemaligen Profi und einem aktiven Profi. Und die waren extrem beeindruckt, wie fit er noch ist für sein Alter. Was können denn Topmanager und Managerinnen von den Profis lernen? Gerade auch in Situationen, wo sie unter enormem Druck entsprechend stehen. Ja, ich glaube eben, dass man, wie ich schon eingangs gesagt habe, auf etwas hinarbeiten muss in Form von Training. Das heisst, optimale Voraussetzungen zur Verfügung stellen, dass das Team die beste Leistung erbringen kann. Das ist sowohl im Sport wie auch im Unternehmen so. Klare Zieldefinition, was will man überhaupt erreichen, will man aufs Podest, auf was fährt man, Gesamtsieg, Sieg, Bergpreis, was auch immer. Vielleicht auch mit Zwischenzielen zwischendurch, ist man auf dem richtigen Weg. Was kann man noch machen, damit man das Ziel erreicht? Braucht man noch ein Trainingslager, also irgendwie ein Retreat, wo man über Themen gezielt spricht, beispielsweise. Ja, und auch es ist Bewusstsein, es kann Rückschläge geben. Ja, man kann einen Defekt haben. Was macht man dann? Irgendwie bei der Produktion funktioniert was nicht in der Fabrik. Ja, was macht man? Und, und, und. Also, ich glaube, da gibt es ganz viele Berührungspunkte, die sehr vergleichbar sind. Wenn man sich dem bewusst ist, kann man sich gegenseitig sehr befruchten mit Ideen, mit Erlebnissen auch. Ich glaube, da können alle sehr gut voneinander profitieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn man zum Beispiel am Berg fährt, irgendwann leidet jeder. Das ist einfach so. Und das ist auch im Unternehmen nicht anders. Zwischendurch gibt es einfach Phasen. Da muss man unten durch und irgendwann hat man das überwunden und es geht wieder hervorwärts. Was ist so ein Erfolgsrezept von so einem Profi, was du so über die Jahre mitbekommen hast? Ja, ich glaube, weisst du, wenn du als Junge hast du ja einen Traum und du verfolgst diesen Traum und irgendwann vielleicht, ja, hast du die Chance, Profi zu fahren. Und es ist natürlich nicht so, dass wenn du Profi bist, ja, hast du es erreicht. Da hat es noch ganz viele andere, die wollen auch gewinnen. Und ich kenne natürlich auch Fahrradfahrer, die haben noch kein Rennen gewonnen. Die sind einfach dabei. Sie sind zwar genügend gut, um da mitzufahren, sie sind aber zu wenig gut, um da als Siegfahrer dabei zu sein. Sie sind aber genauso wichtig, weil sie als Helfer unterwegs sind. Und dass man denen auch die entsprechende Wertschätzung gibt. Ich glaube, im Sport wird das logischerweise gemacht, weil ein Topfahrer kann nicht gewinnen, wenn er nicht ein starkes Team hat. Und das ist im Unternehmen nicht anders. Schauen wir nochmal zurück auf die Corona-Pandemie. Da war ja nicht so viel mit Sport in vielen Bereichen, zumindest Indoor nicht. Man durfte sich ja auch teils nicht treffen. Du hast da die Chance ergriffen, ein digitales Pro-Cycling-Rennen ins Leben zu rufen. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, also wir mussten eigentlich die Tour de Suisse absagen. Das ist die Schweizer Landeswundfahrt, weltweit das viertwichtigste Rennen. Und ja, für mich kam es eigentlich nicht in Frage. Und auch dem ganzen Team war das nicht okay, dass wir jetzt einfach nichts machen. Und wir hatten das Glück, man kann sagen Glück, dass wir schon etwa ein halbes Jahr vorher mit einer digitalen Plattform Kontakt hatten. Die heisst RUVI. Und mit denen wollten wir eigentlich die Möglichkeit bieten, dass die Profis die Strecken schon digital im Winter abfahren können. Demzufolge haben wir die Strecken, also die filmen die Strecken. Es ist nicht eine virtuelle Plattform, sondern es ist eine Plattform, wo du Strecken real fahren kannst. Es sind einfach gefilmte Strecken. Und du hast dann einen Avatar, wo du da fährst. Und ja, da haben wir kurzfristig mit denen geschaut, hey, gibt es eine Möglichkeit, dass wir da alle Profis, wo auf der ganzen Welt verstreut sind, ob es Australien, Amerika, Schweiz ist, dass wir die alle auf diese Plattform bringen, dass die ihren eigenen Avatar haben und dass die virtuell Rennen fahren können, über eine Stunde für fünf Tage. Und die Voraussetzung ist eigentlich, dass jeder einen Smart Trainer hat. Das ist eigentlich ein Gerät, das man zu Hause hat und wo man sein Fahrrad einspannt. Und das ist über eine App dann verlinkt. Und so kann man dann auch auf dieser digitalen Plattform mitfahren. Hat man schon sein Equipment, was man sonst noch auf der Strasse benutzt? Genau. Man braucht einfach so einen Smart Trainer. Das hat heute jeder Profi, weil im Winter fährt er auch viel auf so einem Smart Trainer. Wir haben verschiedene Kontakte geknüpft, die wir zum Teil schon hatten. Sei es über das Schweizer Fernsehen, ob sie das Ganze übertragen würden. Sei es mit dem Weltverband, sei es mit den Profiteams etc. Und da ja wirklich nichts los war, waren alle sofort begeistert von dieser Idee und haben gesagt, ja, da wollen wir unbedingt mitmachen. Es hilft uns auch, dass wir unseren Sponsoren Exposure sicherstellen können und, und, und. Was natürlich für uns auch wichtig war als Veranstalter. Wir hatten auch Sponsoren und denen wollten wir natürlich auch eine gewisse Exposure sicherstellen, damit die ihre Sponsoring-Fees trotzdem zu einem Grossteil zahlen. Ja, so haben wir dann, glaube ich Ende März war das, im 21 oder zwar, ich weiss gar nicht mehr so lange her, haben wir diese Digital Swiss Five auf die Beine gestellt. Bedingung war auch, dass jeder Fahrer zu Hause eine Kamera installiert hat, weil wir brauchten diese Bilder von zu Hause, damit wir das über das Fernsehsignal dann auch entsprechend spannend und dramatisch zeigen konnten. Immer in Verbindung mit dem Bild von der digitalen Plattform. Plus wir hatten noch Co-Kommentatoren im Studio. Also wir haben das relativ spannend, glaube ich, aufbauen und durchführen können. Ja, haben das weltweit ausgestrahlt. Wir waren definitiv das einzige Fahrrad, wenn das stattgefunden hat. Im Profibereich über fünf Tage und haben global rund 700 Millionen Menschen erreicht. Also es war eine sehr erfolgreiche Geschichte. Es würde heute nicht mehr gehen, wenn wir das einfach heute aus dem Boden stampfen würden, weil es sind einfach sonst so viele Rennen. Aber in dieser Zeit war das definitiv etwas, was sofort Anklang fand. Und wir haben auch Preise dafür bekommen und, und, und. Also es war ein sehr erfolgreiches, sehr intensives Projekt, das wir auf die Beine gestellt haben. Wie war so die erste Resonanz bei den Profis? Es sei hart. Es war zwar nur eine Stunde, aber Profis, wenn sie nur eine Stunde fahren, dann fahren sie eine Stunde Vollgas. Eine Stunde Vollgas ist brutal. Das heisst aber auch, dass es die digitale Version des Rennens heute nicht mehr gibt. Nein, es gibt es nicht mehr. Wir haben das versucht, noch ein-, zweimal durchzuführen. Also wir haben es noch zweimal durchgeführt. Aber wir haben einfach gemerkt, dass für die Profis war das wirklich eine gute Lösung, eine Übergangslösung, aber es ist nicht etwas, was die jetzt regelmässig machen möchten. Mittlerweile kann man das ja zu Hause schon fast standardmäßig machen, mit seinem Heimtrainer und dann irgendeine Landschaft fahren. Das ist ja eigentlich mittlerweile im Fitnessprogramm fast inkludiert, wenn man das zu Hause nutzt. Joko, zum Abschluss des Gesprächs. Wie lassen sich aus deiner Sicht Krisen, Corona war eine Krise, als Chance nutzen, vor allem mit Blick auch auf Technologien? Ja, ich glaube, du hast immer eine Chance. Also Krisen sind immer auch Chancen. Klar, leider sind in der Corona-Zeit ein paar Unternehmen eingegangen, aber es sind auch ganz viele neue entstanden. Und ich glaube, ja, man muss offen bleiben für neue Technologien. Also viele, ich höre immer wieder, ja, künstliche Intelligenz, Chat-GPT, nein, das kann ich nicht verwenden, ich habe Angst davor und, und, und. Ich glaube, man darf keine Angst haben, sondern im Gegenteil, man muss das nutzen, nutzen im Sinn von, hey, wie hilft mir das? Wie kann ich das selbst für meinen Alltag einsetzen? Wo kann ich Zeit sparen, etc.? Also ich glaube, offen sein für neue Technologien, vor allem in der heutigen Zeit, wo es so schnell geht, Ich finde es eine extrem interessante Zeit, jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz. Da bin ich auch sehr aktiv bei gewissen Start-ups in diese Richtung. Und ich glaube, das wird unsere Welt und unser Alltag in den nächsten fünf bis zehn Jahren massiv verändern. Das war unsere heutige Agenda. Vielen Dank, Joko, für den Ausflug in den Radrennsport, wie sich dieser vor allem mit Networking verbinden lässt und welche Bedeutung Gesundheit und Fitness für das Top-Management haben. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Das sehe ich genauso. Weitere Themen für Aufsichts- und Verwaltungsräte gibt es auf der Website von Chirpini. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Episoden des The Agenda-Podcast auf Ihrer favorisierten Podcast-Plattform, natürlich auch auf Spotify und Apple. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018